Einen wunderschönen Sonntag allerseits. Heute ist der 14. April, morgen ist der 15. und deswegen haben wir den LKW für morgen bestellt. Dann gehen eure Pakete alle raus, klein, groß, mittel, alle. Und dann könnt ihr euch im Laufe der Woche über euer neues Abo freuen. Und das enthält diesen Monat wieder diese wunderschönen vier Sorten und zwar diesmal farblich ein bisschen zurückhaltender, nachdem wir ja zu Ostern sehr bunt waren und jetzt ein bisschen reduzierter, aber geschmacklich dafür trotzdem genauso super. Wir haben als erstes die Dulce Espresso, eine meiner Lieblingspralinen, eine Hülle aus der Valrhona Karamellschokolade, dann ein dunkles Espresso Karamell auf einem Haselnuss Karamell Nougat und abgeschlossen das Ganze mit einem dunklen Boden, sodass das Ganze angenehm unsüß ist. Also es ist schon süß, aber nicht zu süß und am Ende bleibt im Mund eher dieser herbe Geschmack, dieses wunderbar weiche vom Karamell und nicht einfach nur eine ätzende Süße. Also eine meiner absoluten Lieblingspralinen immer noch und die hat ja 2022 auch Gold gewonnen, damals beim Deutschen Schokoladen Award. So, als zweites Kürbiskern-Nougat, auch beliebt und aber nicht bei jedem, aber ich mag sie auch sehr gerne, recht würzig, auch nicht zu süß, ist kein zusätzlicher Zucker drin, ist eine weiße Füllung, also eine weiße Schokolade mit gerösteten, zermahlenen Kürbiskern und Kürbiskernöl, also grün dann. Aber eben kein zusätzlicher Zucker, sondern noch eine Prise Salz und das Ganze in der Vollmilchhülle, also eben auch eher würzig und nicht zu süß. Bleiben wir bei nicht zu süß. Ich glaube, diesen Monat sind wir relativ unsüß. Als drittes unser Zitronentrüffel, wunderbar frisch, fruchtig, zitronig, mag ich auch sehr gerne und wirklich die am besten auch frisch verzehren, weil die schmeckt einfach frisch am besten. Da ist die Füllung wunderbar, cremig und schmelzend und die Hülle noch schön knackig. Also dadurch, dass wir so dünne Hüllen haben, wird die nach zwei Wochen bei Raumtemperatur, fängt die langsam an, die Hülle aufzuweichen. Einfach das Wasser, was in der Praline sich bewegt, arbeitet, das weicht dann irgendwann die dünne Hülle auf. Deswegen gerne jetzt frisch genießen, aber schmeckt natürlich in zwei Wochen trotzdem noch, aber jetzt schmeckt sie am besten. Und als viertes alkoholisch, dunkle Zartbitterhülle mit weißer Herrencreme-Ganache-Füllung, also weiße Schokolade mit dem Herrencreme-Likör von Heimat Heroes. Sehr lecker. Und mir noch mit ein paar Raspeln drin, also mag ich schon sehr gerne, weil die wirklich wenig süß ist. Und das ist eine Praline, die kann ich mir auch nebenbei immer so reinsnacken. Von der werde ich nicht müde. Ja, das sind die vier Pralinen. Die vierte natürlich nicht mit in dem mittleren Paket mit drin. Als Tafelkreation diesen Monat wieder natürlich zurück zur Glückstafel. Letzten Monat hatten wir ja ausnahmsweise mal eine Ostermotivtafel, aber jetzt kommen wir natürlich wieder zurück zu unseren Glückstafeln. Und diesen Monat gibt es französischen Knusper. Und das ist die Esmeralda Smilk, 42% Bio-Milchschokolade von Original Beans, verrührt mit Salzbutter-Karamell-Splittern aus Frankreich und Kreppstückchen aus Frankreich. Deswegen französischer Knusper. Wunderbar knackig, knusprig und einfach gefällig, würde ich sagen. Also das ist keine komplizierte Tafel, kein experimenteller Geschmack, sondern einfach gut. Einfach vollmich, einfach gut. Als Snackdose haben wir im Mittleren und im Großen die Macadamia mit Dulce Karamell-Schokolade. Wunderbar knackig und einer unserer der absoluten Bestseller. Und ihr könntet mir mal sagen, was wir vielleicht mal noch für andere Macadamia-Kreationen machen könnten. Ich werde jetzt demnächst auch mal eine Umfrage in Insta starten. Wir haben ja die Macadamias mit weißer Himbeer-Schokolade oder die Macadamias mit Karamell-Schokolade. Ihr könnt mir gerne mal ein Feedback geben, ob ihr die vielleicht gerne mal mit Vollmich-Schokolade hättet. Wobei, das kommt mir irgendwie ein bisschen langweilig vor. Oder was euch da für interessante Geschmackskombinationen in den Kopf kommen könnten. Vielleicht dunkle Schokolade mit ein bisschen Salz oder ja. Was denkt ihr, könnten wir da noch ausprobieren, damit es nicht langweilig wird. Und als Goodie im kleinen und im großen Paket gibt es diesen Monat wieder ein Herz. Und zwar unser Meersalz-Karamell-Herz in Blau. Ich finde es ja wunderschön. Und es ist eben flüssig gefüllt. Also wenn ihr das so brecht, dann läuft das links und rechts raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Dann habe ich euch ja erzählt, dass ich letzten Monat dann in der Woche nach dem Video nach Weinheim musste. Und ich kann euch stolz verkünden, wir haben zwei Preise abgeräumt für unsere zwei eingereichten Pralinen. Zum einen für die Femme Fatale, die ihr ja auch probieren durftet, Silber. Das ist ja diese dunkle Schokoladen-Karamell-Rauch-Praline. Aber noch viel wichtiger, der Denny ist ihre erste Ever-Kreation. Die Mon-Himbeere hat Gold gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, den hießt nochmal. Wir freuen uns sehr. Ich bin sehr stolz darauf und Denny sicherlich auch. Sie wird dann diesen Sommer wieder eine neue Praline kreieren. Und wir dürfen schon gespannt sein, was es dann nach dem Sommer im Abo geben wird als neue Kreation von Denny. Ja! Jetzt steht noch als nächstes der Muttertag an, am 12. Mai, glaube ich. Ihr könntet ja auch, finde ich, ist eine super süße Idee, das Abo für eure Mama machen, drei Monate. Und wir haben ja vor zwei Monaten erst ganz frisch eingeführt das Superkleine, was quasi nur eine Achterpackung Pralinen ist, die dann im Brief verschickt wird, drei Monate lang. Für 39 Euro. Also das wäre vielleicht noch so in der Preiskategorie, womit man der Mama eine Freude machen könnte, wenn sie lieber nascht, als Blumen zu Hause stehen zu haben. So, als kleiner Tipp von mir. Wir kreieren jetzt noch ein paar Katzenzungen mit Herzen drauf für die Mamas und noch eine Herztafel mit Spruch drauf, liebste Mama oder so. Da bin ich noch am Überlegen, was wir da drauf schreiben. Das war es für diesen Monat, April. Jetzt kommt langsam die Hitze. Jetzt muss ich langsam wieder den Wetterbericht für alle Orte checken, an die ich Pakete verschicke. Jetzt kann man nicht mehr einfach gedankenlos etwas verschicken. Jetzt muss man auf jeden Fall gucken, ob da nächste Woche dann immer 25 Grad sind oder nur 8. So wie jetzt kommende Woche. Deswegen bin ich sehr happy, dass wir jetzt das Abo morgen rausschicken am Montag, weil es da in ganz Deutschland eigentlich laut meinen Kenntnissen überall unter 10 Grad sein soll. Und da haben wir erstmal nochmal keine Probleme. Und nächsten Monat verschicken wir dann einfach mit den Kühlpacks. Das ist dann aber auch kein Problem. Dann sind wir darauf vorbereitet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns dann nächsten Monat im Mai wieder. Bis dann!